Ich werde auch beim Anfangen die für die Kühe, also die, wo die Kühe hinkommen, werden die alles beschriften, ne? Ja. Weil, dann können wir auch in Ruhe das machen. Na, ich brauch Pils, äh. Obwohl, eigentlich brauchst wir das noch nicht, oder? Wie Beschriften. In der Zuckerrohrfarm? Nö. Haben wir ja, glaub ich, da oder nicht? Ja, haben wir. Ja, das reicht ja. Aber hier sind so viele Kühe. Ist mir egal. Dann wird das hier neben der anderen Farmen, von den normalen Weizen, alles, wird dann für die Hühner, okay? Ja, mach das. Dann muss ich noch Hühner finden. Ich muss jetzt erstmal Pilze finden. Ja. Das war ganz viele. Ja. Wie hat dein Hund hier gelassen? Ja, der ist rausge... äh, rausge... wie nennt sich das, ähm... Aufgebüxt. Ja, ne, rausgepackt, also... Geglitscht, genau, geglitscht. Rausgeglitscht. Mama, er ist rausgeglitscht. Er ist ein Glitschi. Ein Glitschi, oh mein Gott. So wie Lein-Ritschi. Ey, nur, nur schlimmer. Oh, ich bin hier auf hier raufkommen, Alter. Nur normal. Oh, ist das der Kleine? Oh, wie süß, na, du kleiner Mann. Schade, dass das nicht mein Hund ist. Und da musst du mal losgehen. Ja, ich will, ich will, ich will, ich muss da sowieso losgehen. Wegen Hühner. So, dann habe ich das mit, dann muss ich eben kurz noch, eben schnell, was anderes bauen. Ne, Pilze fällt mir in der Wüste mit, ne. Hm. Hier muss doch irgendwo ne fucking Pilz... Im Sumpf gibt's ja Pilze, aber Sumpf haben wir hier nicht. Ne, leider nicht. Wieso? Ja, ich brauch Pilze. Achso. Oh, der Kleine schreit mich grad wieder an hier. Und meine Tastatur ist aus der Hölle. Oh. Du musst die auf jeden Fall jetzt nach der Aufnahme sauber machen. Ne. Äh, das kenn ich. Anyone Bear? Dann will ich auch gleich nach der Aufnahme noch ein bisschen was anderes machen. Und zwar, äh... An dir rumspielen. Nein. Ein anderes Spiel spielen? An dir rumspielen. Fußball. Fußball, ey. 14, nein. Boah. Das ist ja auch mal ein geiles Spiel. Oder nicht. Ja. Also, es wär mal interessant auf jeden Fall. Weil, aus der Frauenliga kenn ich fast keinen mehr. Also, von früher ein paar. Aber die Frauen sind immer noch besser als die Männer, hab ich das Gefühl. Ja. Aber die deutsche Liebe ist auch einfach gut. Da. Soll ich noch, dann nehm ich auch nochmal kurz mit. Weil dann hab ich, kann ich noch ein paar Leute mitnehmen. Also ein paar... Ich brauche Pütze. Ja. Sind hier irgendwo Tiere. Ja. Du musst Richtung, ähm... Also geradeaus weiter als meine, ähm... Höhle, da findest du nachher Kühe und Mast. Und da waren irgendwie zehn und zwölf Stück. Okay. Äh, boah, das ist... Der Waypoint ist doch da, ne? Welcher? Äh, ähm, Haus 2, ja. Erstmal gucken. Nö, jetzt ist er weg. Jetzt muss ich nach Hause finden. Da ist ein Hundi. Ja, aber er wäre nicht zu dir. Komm her, Hundi. Ich hab... Ich hab einen Knochen für dich. Ich hab einen Robertree gefunden. Ja. Ja, das ist mein Hundi. Sitz. Bleib mal kurz hier sitzen hier. Hundi. Okay, hier ist Öl. Ich hab einen Robertree gefunden. Die, die... Die, die... Heute sind wir auch kurz immer ab, ne? Tu das, Mama. Hä? Tu das, Mama. Ja. Hm? Hab ich schon einen Robertree? Nein, hab ich... Ich hab... Ich hab auch keinen Zippling davon. Das ist mal komisch. Das ist komisch, Mama. Hapstiker Resin. Oh, wow. Was ist? Haha, direkt ein Creeper, ey. Oha. Ich hab irgendwie die Mine gefunden. Okay. Ich weiß nicht, ob es die Mine ist, die wir auch zusammengefunden haben. Komm her mit, Hundchen. Okay. So, mein Hundi kommt jetzt ja mit mir mit, hoffe ich mal. Ja, kommt mit. Wunderbar. Da ist ein Kühl, da ist ein Creeper. So, Hundi, komm mit. Ich brauch dich kurz. Du missbrauchst ihn kurz? Ich brauch ihn kurz. Ach so. Doch, ich missbrauch ihn. Sag mal, ich bin doch... Ich bin doch kein Pedo, Alter. Du weißt, was ein Pedo ist, wenn man mit kleinen Kindern so nen Tipp. Ja. Ich weiß. Es sind überall Kühe. Und hier sind überall Erze. Da ist ein Huhn. Da ist ein Huhn. Das ist gut. Hühnchen, wo bist du? Ich bin weggelaufen, Mama. Ich will ein Hühnchen. Aber erst mal nimm doch diesen... Nein. So, Mama. Ich nehm mal kurz eben... So, ich hab ein paar Bienchen mitgenommen, ne? Das ist gut. Scheiße, es wird nackt. Kann er sein? Ist er nackt? Was? Es wird nackt. Ja, ich kann jetzt nicht ins Bett. Ich bin ja gerade in der Höhle. Ja, ich bin gerade hier auch unterwegs. Aber ich... Mein Hühnchen, ich... Kommt ja mit. Ja, versuch so schnell, wie ich nach Hause zu kommen. Ja. Ich hab... Ich hab noch mein Hühnchen. Na komm, Hühnchen. Mach hör, ich... Ich will nach Hause. Noch 170 Blocks. Nur das Hühnchen brauchen wir so lange. Mein Hühnchen, kommt ja mit. What the fuck. Noch sehe ich keine Monster hier. Das ist gut. Wir sind ja auch einfach in so einem Haus. Hm. Hühnchen? Hallo. Hühnchen, wo bist du? Alter Hühnchen. Ich darf nicht so schnell laufen, ne? Nee. Uns verliert das Hühnchen in die Spur. Aber da darfst ne Spinne? Du weißt doch, dein Hund. Du brauchst keine Angst haben. Wieso? Du brauchst doch keine Angst haben. Der Hund beschützt dich doch. Noch 100 Blocke. Hm. Da hat ein Skelett. Tööööööööööööööööööö! Scheiße, Hühnchen, komm mit! Töte ihn! Angreift das Skelett! Dann greift doch uns ihn an! Hühnchen! Los, Hühnchen! Ja, Hühnchen, mach ihn fertig! Ey, mein Hühnchen! Gutes Tier! Du kriegst echt ein Stück Fleisch von mir, ne? Oh, Creeper! So, Hühnchen! Komm mit! Kein Problem mit meinem Bogen! Harte, Hühnchen! Hühnchen! Oh! Oh, er hält sich überall herzieren! So... The Tals, The Tals, Weedley Darf'n Creeper Vor dem Hühnchen! Aber direkt vor dem Hühnchen! Kein Problem! Er... Er hat mich an... anvisiert! Ja! um nachher kommt das hirn getötet war im münchen nein hab ich hab niemand hühnchen doch ich habe ich habe es für die büten bündel getötet war scheiße Das ist traurig. Ich glaube, wir sollten eine Schweigelüte einführen. Und einem tapferen Hühnchen, was sein Sohn für dich gelassen hat, zu danken. Komm her, Hühnchen. Komm. Komm her. So. Und jetzt? Hey, Hühnchen. Sitz. Sitz. Geh doch. Jetzt sitzt doch schön. Warte. Komm her. Komm her. Komm her. Du kommst hierhin. Komm her. Sitz. So, ich geh mal gegen kurz. Äh, scheiße. Schwierig. Schwierig an Creeper. Wow! Nein! Was? Dein Hund ist gerade tot. Dein Hund greift sich gerade an. Nein, ich sterbe! Dein Hund! Dein Hund! Nein! 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 Nur... Nein! Aber, ey! Ich bin fast tot! Nur weil der Küber explodiert ist! Ja, ich hab Pilze gefunden! Dein Hund an! Ja! Notwehr! Oh, oh! Hi, Hundi! Wow! Und wo ist mein Hund? Mein Hund muss draußen sein. Der ist nicht mehr hier. Oh nein. Komm her, Hundi! Bist du... bist du... bist du mein Hundi? Aua! Nein! Nein! Hey! 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 Meine Hunde wehren sich nur. Hm? Hä? Was denn? Mein Hundi hat mich angegriffen. Ja, weil du ihn nicht gut gefällt hast. Ich muss ihn töten. Ohohohohoho. Eiskalt, ey! Und dein Kleiner hat mich auch angegriffen. Und was mit dem passiert? Du Tiermörder. Bam, Bam, Badam, Bam, 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 Bam. Dein Kleiner muss auch daran glauben. Er ist beim Kweeper mit explodiert. Hm, hätt jetzt auch gesagt. Du hast nur eiskalt ermordet. Dein Hund gräuelt mich an. Ja. Weil er weiß, dass du den kleinen Wolfgang getötet hast. Den kleinen Wolfgang? Ist jetzt ja gut dahinten, meine Fresse. Ich war's nicht. Das war der scheiß Creeper. Ist jetzt ja gut. Aus. Ich hab in der Mitte jetzt noch keine Truhe gefunden. Oha. Ah, nein. Ich muss eben kurz improvisieren. Mach mal. Scheiße. Mein Gott, müssen mich alle angraulen hier, ey. Wir wollen ja in die Zombies. Nein, das sind die Hunde. Ja, bei mir sind's Zombies. Weil ich gerade den kleinen, ich glaube ich habe den, entweder war das der Zombie, äh, der Creeper, der den kleinen getötet hat, oder ich war das. Du warst es. Wieso soll ich das gewesen sein? Weil du hast ja auch den eigenen Hund getötet. Ich wollte den Creeper nur töten. Auf einmal habe ich meinen Vollgang zum Schnapp gehabt und auf einmal weg. Ja. Ja. Was? Ich bin nicht schuld. Nein, habe ich nicht gesagt, du bist schuld. Ich baue das Haus wieder auf, ne? Welches Haus? Das Haus wurde ein bisschen mit in Leidenschaft gezogen. Oh, oh. Ja, ich baue es gerade wieder auf. Oh, oh. Was? Das ist nicht gut. So, das Haus ist wieder auf. Erst der, erst der Hund jetzt, das Haus, wo hört er auf? Der Spaß. Es ist wieder aufgebaut. Ich muss eigentlich meinen Hund gerade töten, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Hundi, du wirst mir immer in Erinnerung bleiben. Nein, er wird als Geist wiederkommen und dich die ganze Zeit nerven. Du, Arsch, du hast mich getötet. Mörder, Mörder. Und dein kleiner Hund muss leider auch dran glauben. Ja, der wird sich auch rechnen. Der kommt auch dran. Nein. Alter. Das geht ab, ey. Oh. Alter. Ein Zombie mit einem Eisenschwert. Ich wusste, ich schreie heute noch mal. Ah, da ist ne Kiste. Und? Kürb... Ah, Kürbissamen. Fickt euch doch, ey. Puh, Alter. Und Koks, ey. Wozu brauche ich Koks, ey? Zum Koksen, natürlich. Ja. Trink mir aber nicht viel. Nein, überhaupt nicht. Mein Gott, mein Gott, da kannst du koksen. Ja, ist total cool, ey. Ich glaube, ich höre gerade ein Zombie. Hm. Oh Gott, oh Gott. Der schöne Koks. Dein Hund gräupt mich immer noch an. Ja, weil du den anderen Hund getötet hast. Hab ich nicht. Doch, hast doch eben gerade selbst gesagt. Wir haben uns in der Aufnahme hier. Das war der Creeper. Nein. Du hast immer gesagt, dass du es getan hast. Ich muss halt mich verteidigen. Dann war der Hund halt im Weg. Und dann habe ich einfach angegriffen. Und dann war der Hund weg. Dann habe ich mich nicht zunützt. Tut mir leid. Das kann ich aber nicht so hinnehmen. Nur er hat nicht überlebt. Das ist ja passiert. Und naja. Das kann ich aber nicht so hinnehmen. War der Hund dir sehr nah? Ja. Das war Manfred 3. Manfred 3. Er war der Liebste von allen Hunden. Hm. Klar. Ohne Scheiße. Ich mache mir eine Hunde an mir und greif dich dann an. So 20... Wenn du nach Hause kommst. Was denn? Wenn du nach Hause kommen würdest. Du hörst ja, wie jemand mich mal... Das geht immer so. Ja. Ja. Weil du gesagt... Du hast den getötet. Deshalb können wir an die. Ich habe eine Taumium-Pick-Ax gefunden. Taumium? Ja. Pick-Ax. Die hält sehr lange. Ja? Hm. Geil. Ich habe dir auch nichts mehr spawned. Leuchte dich bei der Farm aus. Das ist natürlich schlau. Ich habe keinen Bock auf mehr Creeper, die mich hier angreifen und dich dort alle töten müssen. So wie gerade eben deine Hunde. Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Der Mann mit dem Koks? Ja. Der liebe Hund, den ich versuchte, der war so sieb. Äh, sieb, genau, lieb. Ich habe jetzt... Äh, dole Schad. Okay. Das ist eine Weiße, glaube ich. Ja! Ja, die Weißen, die brauche ich! Ja. Wer hat meinen Hund getötet? Oh Mann! Ich? Oh, leider habe ich jetzt die Schad nicht mitgenommen. Ja, was? Die Dicke ist noch da. Also wenn du dich... Wenn du in fünf Minuten hier bist, dann kriegst du sie noch. Ach komm schon! Ich nicht spreche in ihre Sprache. Ich habe Angst, reinzugehen. Ach Mensch, diese schöne weiße Schad. Mal gucken, wie lange die noch hier liegt. Na du kleiner Mann! Alles klar bei dir? Bitte, helb ich... Oh, oh, oh! Nein, nein, nein! Nein! Da! Da fokussiert mich schon an! Ja. Ich habe auch von Weitem... ... den Pfiff gemacht, dass er dich angreifen soll. Hm. Ich habe Angst vor deinen Hunden. Ja, das ist auch direkt. Das ist auch richtig so. Ey, ohne Scheiß, wo sind die ganzen Truhen? Keine Ahnung. Ach, hier ist noch eine. Oh, bitte, bitte, Kürbisse. Schienen? Ja, brauche ich nicht. Koks, Stahlschaufel, Eisenbahn und Koks. Alter, wollen wir mich nicht erfarschen, das ist nur Koks, ey. Ja, wieso? Kannst du mal eine Runde koksen? Ja, ist auch total geil mit Schnupfen. Ja, natürlich. Was willst du erwarten? Das Leben ist halt so. Alter, die machen mich immer noch voll angeräuern hier, Alter. Ja, würde ich auch machen. Dankeschön, Mann. Bitteschön, Frau. Hi, Hundchen. Bitte nicht angreifen, ja? Ich will gerne noch ein bisschen leben. Nein, greif ihn an. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich habe Angst. So, mal gucken. Und? Einen Güterwagen, wozu brauche ich einen Güterwagen? Wieso nicht? Das ist doch scheiße. Und Schienen, ey. Wozu brauche ich Schienen, ey? Soll alles mal gut sein, habe ich gehört. Ja, aber ich will Melonsamen. Ja, die brauchen wir auch wirklich. Langsamer. Siehste. Ohne scheiße, die sind keine Melonsamen, ey. Krass. Gar keine. Also bisher habe ich keine gefunden. Okay. Ist es dein Handy, was da so gebildet? Hä? Oder kannst du denn, dass dein Handy ganz dicht bei den Boxen liegt? Kann gut sein, ja. Ich habe auf dem Nachtisch. Ja, also, weil es die ganze Zeit so dröhnt. Okay, warte mal, ich bin leichter da. Okay, jetzt schnell TNT kassieren. Er guckt nicht. Schnell, 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 wo ist er? Oh, hier ist ein Enderman. Oh, jetzt kann den Enderman getötet. Strike. Oh. Besser? Ja. So. Äh. Äh. Was ist das? Was ist das? Ich habe nur ein Zombie nachgemacht. Hm. Äh. Parschen? So. Die Farm ist soweit fertig. Hast du ein Schli... Alter. Was? Ja, ich habe gerade nur eine SMS bekommen. Weil ich so... Eine Lwm. Eine SMS. Ich habe immer noch Angst, hier in die Wohnung reinzugehen. Ich ziehe dich um, Alter. Ja, danke. Das ist großartig für mich. Das würde ich mir erreichen. Mann. Immer überall, wo ich hingehe. Ich habe mich ein Geräusch. Ist jetzt sehr gut. Hör auf mich so anzufauchen, Alter. Das ist nur zum Schutz. Ich ziehe euch um, ne? Wow. Was ist das? Ein Zombie hat mich angegriffen. Stirb, 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 stirb. Oh. 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 Pass mal auf, wenn ich zu Hause bin, ey. Äh. Was dann? Ja, freu dich schon mal. Was denn? Dann mache ich dich zum Zwiebelsohn. Äh. Das will ich sehen. Ihr habt's gehört, Leute. Er hat's herausgefordert. Ihr wisst ja schon, was ich geplant habe. TNT-Waggon. Auch geil. Und Koks. Und Koks, natürlich. Du willst ja immer Koks, weißt du doch. So, alles gut. Ich habe ja einen Bogen, deshalb kann ich immer von Weitem die Monster abschießen. Koks, Alter. Immer mit einem blöden Koks, Alter. Echt. Was soll ich machen? Ich weiß nicht genau, wie lange es bei dir noch weitergeht mit dem Koks. Nö, ich weiß auch nicht. Alter, wollen wir mich hier verarschen? Was ist? Kürbiskerne, ey. Das brauche ich doch gar nicht. Güterwagen, Arbeitswaggon. Das sind alles Sachen, die ich gar nicht brauche, ey. Tja. Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Boah, bei der Lava. Alter. Boah. Fuck. Was? Ich wäre bei der Lava reingefallen. Oh. Bist du gestorben? Ich habe gesagt, beinahe. Achso. Ich habe gesagt, dass ich gestorben bin. Ja, schade. Ich will mich dafür rächen, dass dein Hund nicht getötet hat, Alter. Du bist doch gar nicht gestorben. Fast getötet hat, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Hier, komm mal, die Tatsachen jetzt hier umdrehen. Du hast meinen Hund getötet. Aber der Hund hat fast nicht getötet. Nein, das ist gelogen. Ja, wollte ich nur mal gucken, ob du schmeckst. Ey, oh Scheiß. Ich finde hier nur Kacke. Okay. Also keine Kürbis... Äh, keine Melonenkerne. Das ist krass. Ich habe jetzt was irgendwie auch noch nie gehört. Und da sind viele Zombies, finde ich hier, aber... Kürbiskerne, fickt euch doch, ey. Kürbisse brauchen wir aber auch. Ja, Kürbisse haben wir doch schon. Echt? Ja. Oh. Oh, na dann. Da müssen wir was anderes finden, ne? Ja, und ich, ey, ohne Scheiß, ich durchsuche hier die ganze verfickten Kack hier, ey. So. Äh, das Wort nehmen wir lieber nicht im Mund, ähm. Ne, nehmen wir was anderes im Mund. Oh, ey. So, ich habe einen Baum, kurz einen Baum gepflanzt. Oh, geil. Also einen richtig großen Baum. Äh, ja, so ein Rubber... Damit wir halt langsam mal versuchen können, äh, ja, was aufzubauen. Wegen Rubber. So ein... Das schriegt mich so auf, ey. Ich kann die verstehen, Alter, ich kann die verstehen. Wenn nur mal so... Äh, Samen, sag ich schon, äh... Ich muss deinen Samen, ey. Äh, ja, ich bin mein Samen. Das ist der Samen, Mann. Ich bin eine Samen, bang, weißt du? Oh, ja. Für sich richtig randvoll, ey. Ähm. Natürlich, weißt du doch. Oh, mein Gott, ey. Worüber reden wir eigentlich hier, ey? Das wäre ich jetzt mal. Was ist? Das scheiß Zombie, ey. Ja, ähm. So, wir haben schon die ersten Kartoffeln hier. Oh, toll. Diesen kleinen Kartoffelkuchen. Ich freue mich so nicht. Was? Auf was? Auf den Kartoffelkuchen. Ey, ohne Scheiß, ich habe hier schon so viele Kisten hier gefunden, aber nichts, ey. Okay. Das kann doch nicht sein, ey. Ey. Ey, Alter. Alter. Ey, yo. Aha. Dies mal schnitt. All girls no deal like this. Das muss ja gesagt werden. Ja, klar. Hier ist nix. Ey, sonst gab es doch, okay, Millionen Dinger waren eigentlich manchmal selten in so Kisten. Ja. Aber ohne Scheiß, ich finde fast nur noch Kürbis-Dinger. Komisch. Oh, was geht denn hier ab? Was denn? Party? Alter, nur Skelette und Zombies hier, überall. Geil. So, der, der ist ja schon tot. Wie viele Skelette sind hier? Ist doch geil. Am Arsch schlägt oder was? Nee, das mag ich nicht. So, kommen alle hier. Zwei Creeper. Skipp. Wow. Kommt man nicht, kommt man nicht zu nahe. Mama, der Menden Koks ist da. Wow. Oh, ich bin hier voll der Mörder, Alter. Ich hab, ich hab gleich keinen Scheiß. Puh, keinen Scheiß. Hilf euch, ein Problem. Ich kann dir aber jetzt nicht helfen. Ich bin zu weit weg. Stirb, komm. Stirb. 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 Weg hier. Schnell rein. Ich halte nicht mal aus. Oh. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Oh, der Hund. So, ich mach mal kurz den Schwert. Ich bin Level 7. So. Okay, wir machen mal kurz eine Kurzunterbrechung und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Juhu. Bis gleich.